herzlich willkommen zu dem neuen video rocket league hat ein rebrand redesign bekommen weil es ja von epic games übernommen wurde das ganze jetzt aus ihr habt das menü ist ein bisschen eckiger ausspielen das ganze ein bisschen komisch aus beitretbar das bringt mir nichts nein nein es bringt mir nichts oh gott da jetzt beizutreten kann ich da auch wieder raus verlauf nein die verlassen ja ich weiß gleich wieso ich dann benutzer differenziert gibt es auch oder das menü ist jetzt komisch es gibt kein schnellspiel mehr das nervig das nervt alle tatsächlich training extra bonus kompetitiv turniere wie auch mal das menü ist überarbeitet zwanglos sieht jetzt so aus sind immer auch die gleiche spielmodule kompetitiv sind immer noch die gleiche spielmodule außer einzelstandard ist natürlich weggefallen wie ihr vielleicht mitbekommen habt ihr seht ich habe noch gar keine games gemacht die turniere sind beitretbar das heißt man kann den wahrscheinlich jetzt join der content kann sehen ich konnte dem ja join und hier in einer stelle 50 geht es wieder los und man kann jetzt hier wöchentliche belohnung bekommen und dafür irgendwie münzen bekommen und titel und whatever belohnung hier belohnungsvorschau irgendwas ich bin anscheinend auch wieder auf level 1 zurückgesetzt worden ich weiß nicht karriere statistik alles der zurücksetzt worden 1600 ok das ist sehr interessant das finde ich irgendwie ein bisschen assi aber ich weiß nicht wieso ihr seht jetzt gibt es anscheinend wöchentliche herausforderungen ein online spieler beliebigen klanglosen playlist erfahrungsstufen fünf abwehren und dann spielen mal gucken was da so kommt neu ich kann wir sind jetzt nämlich wieder in season 1 was bedeutet das man bekommt glaube ich wieder items aus season 1 das ist jetzt das auto es gibt wieder einen season pass wir können mal gleich gucken ob es den hier schon gibt rocket pass so sieht der aus jeder willkommen bei rocket pass ach ja da gucken wir einmal kurz rein und wir holen uns natürlich gleich weil wir so richtig sind den premium pass weil wir haben hier 1040 und kauf nehmen mal gleich ja damit haben wir gleich ins denn mal dieses auto diesen harbinger freigeschaltet und hier seht ihr die friendlist wurde überarbeitet man sieht jetzt hier epic freund ich weiß nicht wofür können wir hier den annehmen der hat jetzt hier guck mal sieht er spielt zwar über steam aber ist über epic games auch drin spielen training probier mal kurz meine maus nur herumspielt oder nicht ja was soll ich sagen dass ich behalte noch nicht ganz so viel von dem neuen von dem rebrand ok meine maus funktioniert nicht so wie sie sollen das heißt ich muss mir noch was überlegen sogar sie funktioniert aber an komischen stellen ich jetzt jetzt gerade nach weiß gleich drei vier wochen mal wieder hier an dem pc das ist ein bisschen wir tun wir uns und heute geht ihr aus noch modus spielwechsel steht jetzt hier ok extra modus ringer sind auch gleich geblieben was soll ich sagen was soll ich sonst noch sagen dass mit dem level das finde ich komisch aussieht echt mag ich nicht mal gucken ob das gesamt level denn und wieder zurückkommt ich fand es eigentlich nicht schlecht dass man es gesehen hat dieses eckige design ja die arena ist rund und die autos sind eigentlich auch rund und aerodynamisch und alles also weil ich findet irgendwie nicht ganz profil sieht man jetzt hier auch ist anders geordnet alles anders angeordnet die garage auch wird haben meine entwürfe ab wir können jetzt mal die garage gehen ins inventar verwalten hat nämlich item zu kommen die diese legacy items zu bein bekommen wir können mal hier durchgehen und mal die belohnung bekommen und hat ihre rahmen anschein bekommen die habe ich das habe ich nicht gesehen das wurde mir nicht angezeigt hat einen rahmen kann ich den ich kann ihn nicht auswählen aber ich habe hier also einen rahmen bekommen seht ihr platin in grün gold silber bronze erfahrungsstufe 1600 ist das was ich eigentlich war und das höchste anschein was jetzt geht und bis dahin komme ich nicht mehr ich habe momentan diese jäger die sega banner weil ich mich fest finde goldener kosmos die cdc orgo oder was ist ist und diese shopper wieder ich für diese shopper wieder ich glaube die habe ich aus weiß gar nicht ob ich die aus dem stream ne die ninja reader habe ich auf stream gedroppt bekommen finde ich ganz in ordnung und irgendwo ich weiß gar nicht ob der mit aufgelistet oder nicht ich glaube nicht gibt es wir sicherlich noch nicht mitbekommen habe ich habe immer auch er hat drin zu stehen weil viele leute haben mich jetzt bei sich hier drin zu stehen established established 2017 habe ich das erste mal das game gestartet und established 2020 sind in ordnung braucht man jetzt alles nicht unbedingt die titel kann ich weiß nicht ob alle jetzt hinzugefügt oder ob ich jetzt alle auch aus diesen pass ring hatte ich benutze meistens die gleichen wie gesagt den hatte ich jetzt zum stream kreis aber tatsächlich mal die anderen reifen aufmachen mich jetzt mehr interessiert da oder oder hier machen wir die anderen reifen auf auto anpassen und nämlich die shopper rieder koppert oder war ich und kohle mit drauf und so sehen die aus ja okay kann sich geben kann ich bin keine japan lassen die shopper mal drauf profil wir können jetzt auch mal hier in die karriere in die langliste gehen braucht man moment bis man hinkommt die gar nicht da seht ihr jetzt hier an der seite tatsächlich die es gibt einen neuen titel es gibt neue titel ist gegen groß weiter groß meister und groß meister 23 und es gibt noch überwahrscheinlich ende das sozusagen für die gc ist das wenn man ich weiß gar nicht was was das jetzt für level bereich momentan ist ob das 1600 oder sowas in der art ist dann müsste ich lügen aber ich nicht nachgeguckt auf jeden fall ich bin ich ja hier noch gesagt bei champion 1 und sozusagen gerade meine mitte mittlerweile angekommen weil es dann nach oben hin sehr offen war die season war relativ lang es sind viele relativ hoch gekommen und die season 1 ist live es ist auch das lama rama event live ich würde sagen wir spielen jetzt mal kurz eine runde zwanglos ein oder chaos ich weiß gar nicht mit meinen vergangenen clips wäre es glaube ich besser wir spielen zwanglos wir spielen hier drei gegen drei suchen mal gucken ob das hin vielleicht noch nicht vielleicht wechsel ich schnell mal in der zwischenzeit die maus aus habe ich eine frische maus kann die kann man nicht sehen okay es wird nichts mit zwischenzeit gibt es geht schon los ihr seht da unten kam die suche und wenn man raus geht ist die suche mich jetzt oben drüber ja erst 20 20 killing duck ok wird es überhaupt drei gegen drei jahre die lobby wird anscheinend nicht voll ich bin mir empfehlen wird stabil 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 diese falschen reifen sollte glaube ich ein stream alert falls der eingebläht ist oder nicht merke ich ja selbst im nachhinein noch nicht so geht es jetzt mal los nein wir warten auf wille wille kommt nicht und der wille ist geschehen ich hätte eigentlich schieden müssen also follow up sein müssen ja keine ahnung mein flip ist irgendwie schlecht nicht vorhanden ich muss glaube ich wirklich die maus wechseln nach dem game seht wie komisch ich zum ball gehe ich habe jetzt wirklich eine weile hier nicht mehr an dem equipment gespielt ich muss hier ground control machen ähm ja der flippt nach vorne hat nicht ganz geklappt also wir spielen jetzt wie gesagt zum llamarama event meine rotation bitte nicht beachten mein gameplay kann wie gesagt relativ kacke sein heute da ist auch rein flippen aber naja vielleicht können wir den ja vorlegen ja können wir so halbwegs sogar wie gesagt die 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 taste meiner meine rechte maus das ist ein bisschen buggy derzeit die wenig die sagt nein oh gott und schön reingekattet dem hier auch bleiben wir ein bisschen pro oder nicht auf jeden fall werden genau auf uns ab und normalerweise mache ich den aber ah ja immer an die tollkorts kann ich die funktionieren bei mir noch schöne dämmung ich wollte aber den ball treffen schlechter 50 könnte waren man ist auch gewesen den ball habe ich ja nicht bekommen ja ich flippe wie ein bekloppter ich weiß nicht ob ich mein flipp überhaupt mal bekommen fünf minuten später ja ich glaube ich muss los oder mit einer anderen maus bin das ist wirklich echt komisch soll fahren die ganze zeit ohne flippen ohne irgendwelche sachen zum abwehren aber meine mails back up mich ziemlich gut muss ich sagen dafür dass ich ängste so ein quark mach okay oh shit ja vielleicht liefen die auch würde ich verstehen würde ich verstehen weil keine ahnung was ist das hier für eine mmr vielleicht 1000er 1600er wirkt auf jeden fall ein bisschen weg muss ich sagen muss ich sagen ich glaube ich erspare euch dieses grottige game player und wir sehen uns gleich im anschluss wieder wenn ich weiß was dieses lama rama whatever event ist damit ich wieder zurück mal gucken ob ihr ob ich jetzt hier irgendwelche da machen aber okay keine mindestpunkte erreicht gg soviel zu unserem versuch wirklich nicht herausforderung auch nichts bekommen ich glaube ich lief die lobby war und sag jetzt erstmal das war's im nächsten video seht ihr dann was das lama rama zeugs ist weil ja meine maus kacke ist peace out danke fürs zusehen das war's ich w 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